so hallo zurück zu terminator salvation ich hatte jetzt war schon part aufgenommen die werde ich aber nicht hochladen weil ich einfach nur die ganze zeit nur gestorben bin deswegen lohnt sich das jetzt nicht erst mal möchte ich noch mal sagen ich möchte das spiel gern zu ende spielen es ist sehr lange her als ich das pausiert habe ich weiß zwar nicht mehr warum keine ahnung jedenfalls möchte ich nicht so viele lps einfach halt in der mitte aufhören und deswegen mache ich das zu ende genauso wie werde ich versuchen fahrenheit zu ende zu machen das heißt wenn das spiel nicht wieder ständig abstürzt und dazu speichern und also wir sind jetzt hier aus der anlage entkommen stand da und schauen wir weiter oh nein da kommen sie oh nee ich habe mal eine verloren schade wie scheint haben wir die ganze anlage vernichtet ab o Ja, aber so ist es in dem Krieg, dass wir hier sterben. Ja, aber so ist es in dem Krieg. Ja, aber so ist es in dem Krieg. Ja, also ich habe das immer noch nicht hingekriegt, dass das so extrem leise ist, die Cutscenes. Das habe ich ja in den letzten Parts glaube ich schon erwähnt, dass ich eine Menge probiert habe und es ist trotzdem sehr leise. Okay. 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 Was ist das? Ach du liebe Güte, das muss ich jetzt steuern. Nehmt es mir nicht übel, das sieht hier aber auch nicht gerade aus wie nach einem Atomkrieg. Schon nach einem Krieg, aber nach einem Atomkrieg? Ich weiß nicht. Kann ich die noch nicht erreichen. Kann ich die niedermähen? Okay. 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 Ich drücke. Okay. 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 So, hier. Na bitte. Da haben wir doch schon mal was. Ich glaube ich kann das Ding nicht steuern, oder? Ne. Ich glaube nicht. Aber muss ich ja auch nicht unbedingt. Aber muss ich ja auch nicht unbedingt. Da ist noch ein Turret! Na? Warum schießt der denn nicht? Das ist wahrscheinlich erst immer nachladen. Ach, da oben ist ja noch was. Ja, ich sehe es, das ist aber... Da habe ich natürlich auch noch daneben geschossen. Ich könnte mich doch in den Arsch treten. Er braucht aber auch so lange, um nachzuladen. Das ist... Ob nicht repariert er sich jetzt wieder? Oh ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schieß doch nur einfach. Jetzt bin ich natürlich erledigt. Mann. Also am allermeisten hasse ich an diesem Spiel dieses Scheiß nachgelade. Weil die brauchen ewig dafür. Das kann doch nicht wahr sein. Ist ja fürchterlich. Ich meine sowas habe ich schon immer gehasst. Es ist egal bei welchem Spiel diese Scheiß nachladerei. Aber hier dauert es irgendwie extrem lange. So, jetzt muss ich bestimmt mal wieder von vorne anfangen. David! Das ist Conor! Kannst du mich hören? Ja! Ich höre ein paar Kampf, Conor. Ist das du? Das ist sicher. Wir sollten uns kurz an deinen Koordinaten sein. Sitz dich. Conor! Ein anderer Turret! Conor! Lebe nicht nach! Lebe nicht nach! Schieß doch bitte! Einfach nur schieß doch! Schieß doch! Meine Fresse, ey! Kann doch nicht sein, dass er hier ewig bebraucht für alles. So, können wir weiterfahren? Ne, können wir nicht. Ja, er stürzt natürlich direkt auf mich ab. Derrick? Die Tank ist zu viel schmerz. Wir wollen nicht in alle Turretiere- Dann, wasst du? Wir werden in aufs Land. Finden Weg in der Szentrum Command. Takee die Restreiche in derびen Time zu. Aufs Land? Wir stehen hier bevor? Kann ich anscheinend. Ich bin irgendwie kaputt, Mensch! Ja, das merke ich. Was soll ich machen? Er schießt ja nicht. Er schießt nicht! Oh, Leute! Was ist zum Kotzen? Ich kann ungefähr fünfmal schießen mit dem normalen Geschütz. Dann lädt er erstmal 30 Sekunden nach. Dann kann ich einmal noch eine einzige Rakete abschießen, bis er auch nochmal da eine Weile nachlädt. Sowas macht mich aggressiv ohne Ende. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Kann echt nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Er feuert gerade gar nichts ab. Oh, Mensch! Mach doch nur hin, ey! Schieß doch einfach nur! Herr Gott, nochmal! Das kann nicht wahr sein! Er reagiert ja auf nichts, auf nichts! Ja, toll! Ganz klasse! Ach, verdammt nochmal! Was ist denn das nur für eine Scheiße? Und dann lädt er noch eine halbe Stunde. Das macht mich erst recht aggressiv. Meine Fresse, ey! Ich mach das gleich wieder offline, weil's mal wieder nicht anders geht! Aber das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da 20 Leute, 20 Dinger da auf mich zukommen. Wie soll ich die denn bitte alle schaffen, wenn er hier 20 mal nachlädt? Da geht's ja wohl nicht. Ja, natürlich schieße ich daneben! Ich kotze dich an, ey! Das ist doch schön, dass wir kotzen! Huh? We don't have a lot of options! You're taking heavy damage! Can you get any more of those turrets? Maybe a few! But this thing falls you fall! Mann! Kann doch nicht sein! 20 Stunden lädt er nach! Das kotzt mich an! Ja, schieß doch nur! Bis der mal die Rakete abfeuert, ich könnte explodieren! Hallo! Oh Leute, es ist einfach nur zum Kotzen! Es ist echt zum Kotzen! Ja, natürlich! Oh, ich hab schon wieder die Schnauze voll! Also langsam weiß ich echt, warum ich das Spiel gepausiert hab! Weil's mich in den Wahnsinn treibt! Jetzt mach ich erstmal hier Stop, sonst raste ich aus! Ein bisschen riecht jetzt halt den Ausraster offline! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!